Die Lumix DMC-TZ22 ist Panasonic's Spitzenmodell der Generation 2011. Sie kann durch umfangreiche Automatiken und 30 Motivprogramme all jene zufriedenstellen, die einfach nur zielen und abdrücken wollen. Aber auch fortgeschrittenen Fotografen bietet sie durch manuelle Einstellungsmöglichkeiten der Belichtung alles, was das Herz begehrt. Dazu gehören zum Beispiel ein Moduswahlrad mit PASM-Positionen und in der Zeitautomatik sieben einstellbare Blendenstufen. Das Gehäuse ist mit über drei Zentimetern Dicke nicht gerade grazil, aber es muss auch einiges reinpassen. Das Display ist erstklassig. Es bietet 3 Zoll, eine Auflösung von 460.000 Pixeln und darüber hinaus eine Touchscreen-Bedienung. An Brennweiten bietet die TZ22 einen 16-fachen Zoom über ein Brennweitenspektrum von 24 bis 384 Millimetern. Ein sehr großes Weitwinkel und ein sehr starkes Tele. Was will man mehr? Die langen Brennweiten werden von einem sehr gut funktionierenden Bildstabilisator gestützt. Die Bildqualität ist bis inklusive ISO 800 im grünen Bereich. Sowohl was das Rauschen angeht, als auch die Auflösung. Die Schärfe lässt zwar etwas nach, wenn es in den Tele-Bereich und in die hohen ISO-Werte geht, doch dieser Qualitätsverlust bleibt moderat. Besonders gefallen konnte die Dynamik, also der größtmögliche abbildbare Helligkeitsunterschied auf den Fotos. Das einzige, was uns in puncto Bildqualität negativ auffiel, war das Fehlen eines RAW-Aufnahmemodus. Das allerdings ist Meckern auf hohem Niveau. Die Ausstattung kann durch den Videomodus punkten, der eine anständige Bildqualität liefert. Die Videos können in Full-HD aufgenommen werden. Der Zoom steht dabei zur Verfügung. Auch Zeitlupenaufnahmen sind möglich. Der Ton wird über ein Stereo-Mikrofon aufgenommen. Die Lumix TZ22 hat außerdem einen GPS-Empfänger integriert, der nicht nur die Fotos mit dem Aufnahmeort versehen, sondern auch nahegelegene Sehenswürdigkeiten anzeigen kann. Die Geschwindigkeit der TZ22 ist in allen Bereichen gut. Serien können mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Das schaffen selbst viele Spiegelreflexkameras nicht. Bei reduzierter Auflösung kommt sie sogar auf bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Auch die Auslöseverzögerung ist sehr gut. Sie bleibt in allen Brennweiten locker unter unserer Schnappschuss-Tauglichkeitsgrenze von 0,5 Sekunden. Fazit? Nicht nur als Reisekamera ist die Panasonic Lumix DMC TZ22 ein echter Tipp. Diese Kamera hat sich ihren Bestseller-Status redlich verdient. Weitere Informationen zu dieser und vielen anderen Kameras finden Sie auf www.etest.com. www.etest.com.